Nadelhorst Vier unfassbar talentierte Musiker besuchen Alligator in einem Raum voller Instrumente. Was dann passiert, kann kein Ornithologe vorhersagen. Letzten Samstag im Nadelhorst. Bodo Wartke, Stefan Heinrich von Klan, Jürgen Meier von Make a Move und Metal-Tute. Buck, bounce, baby, bounce. BASELINE 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 Das war's. Jesus. Du bist doch mega müde und es ist auch schon voll spät. Draußen wird es langsam dunkel, das heißt mein Freund, es geht jetzt mal ins Bett. Ins Bett, du gehst jetzt ab ins Bett. Nadelhorst. Nadelhorst. Nächste Sendung. 27.03. 20.15 Uhr. Nur bei Twitch.